Ich heiße Martin Jansen und bin als Datenverarbeitungsspezialist im Intranet-Team tätig in einem internationalen Team und einfach ausgedrückt besteht meine Aufgabe darin, die technischen Voraussetzungen zu schaffen, dass alle anderen Vodafone Mitarbeiter arbeiten können. Ich habe im Jahr 2000 bei einer kleineren Vodafone-Gesellschaft angefangen und bin im Jahr 2004 zu Vodafone gewechselt. Die besondere Herausforderung an meiner Position ist, dass man nie morgens weiß, was der Tag so bringt. Ich bin ja dafür zuständig, dass das operative Geschäft funktioniert. Das heißt, ich muss zeitnah und flexibel auf aufkommende Probleme reagieren können, damit die anderen Mitarbeiter reibungslos arbeiten können. An Vodafone schätze ich besonders neben der interessanten Aufgabe die Flexibilität und die Rahmenbedingungen, die Vodafone den Mitarbeitern bietet. So können wir ja tageweise von zu Hause arbeiten oder aber auch am Campus das Ärzteteam oder das eigene Fitnessstudio besuchen. Also in meiner Freizeit bin ich sehr gerne draußen unterwegs. Entweder entdecke ich gerne neue Länder auf Reisen oder aber als Extremsportler bin ich laufend unterwegs. Ich möchte meine Grenzen gerne austesten und das Gefühl, wirklich so eine Mammutaufgabe geschafft zu haben, ist unbeschreiblich. Ich denke, das Außergewöhnlichste war bisher der Gewinn des Wettbewerbes Vodafone First. Das war ein globaler Markenwettbewerb, der im letzten Sommer stattgefunden hat und den habe ich ja für Vodafone Deutschland gewonnen mit meiner Idee alleine mit der Vodafone Technologie durch Grönland zu wandern und das Schöne daran war, dass auch die Freunde und Mitarbeiter zu Hause jederzeit über das Internet meine Reise verfolgen konnten. Eine super Sache. Ich schätze an meiner Aufgabe besonders die Abwechslung. Es gibt interessante, knifflige Probleme zu lösen. Das macht mir Spaß und es ist ein gutes Gefühl, wenn diese Probleme gelöst sind. Ich denke, ich bin in meinem Job erfolgreich, weil ich ausdauernd, neugierig und wissbegierig bin und besonders macht mir meine Arbeit Spaß. Das ist, glaube ich, der wichtigste Grund, warum ich erfolgreich bin. Die Welt der Telekommunikation ist heute nicht mehr wegzudenken. Sie wird wichtiger und wichtiger. Ich empfehle Vodafone als Arbeitgeber, weil Vodafone interessante Aufgaben bietet, eine gute Bezahlung hat und die Rahmenbedingungen exzellent sind.